Musik Jake Jaden, H.P. Lovecraft, Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes und das Bild im Haus. Die Fantastischen Fälle, Sherlock Holmes vs. H.P. Lovecraft, Folge 2, erzählt von Rupert Pichler. Über manche Fälle wollte ich den Mantel des Schweigens fallen lassen, da man nicht mit genauer Gewissenheit die Geschehnisse rational nachvollziehen konnte. Durch meinen verehrten Kollegen H.P. Lovecraft sah ich mich aber gezwungen, doch zumindest im kleinen Kreise Rechenschaft abzugeben und einen Bericht zu verfassen, der eine nüchternere Einschätzung der Ereignisse wiedergibt und sich nicht zu weit ins Abenteuerliche Fantastische begibt. Ab und zu werde ich Anmerkungen einfließen lassen, die mir nur zugetragen wurden und die ich keinesfalls als sichere Fakten wiedergeben möchte, aber die zumindest für das Verständnis unabdingbar sind. Das Endergebnis ist nicht immer zu meiner Zufriedenheit. Wovon ich heute berichten möchte, handelt von den Urinstinkten des Homo Sapiens und spielte sich in einer kleinen Ortschaft namens Eltham in der Grafschaft Lincolnshire ab. Manchmal ist der Mensch nur triebgesteuert, aber der Reihe nach. Es hätte ein angenehmer Sonntagnachmittag sein können, hätte Sherlock Holmes und ich nicht wieder einmal Besuch von H.P. Lovecraft bekommen. Meine Stimmung verbesserte sich nicht gerade, nachdem sich Sherlock Holmes abermals zum vereinbarten Treffen verspätete. Er hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, jedes Mal einige Minuten zu spät zu den Zusammenkünften zu kommen. Wo ich auch eine gewisse Gemeinheit gegenüber meiner Person sah, Sherlock Holmes wollte mir immer einige Zeit alleine mit H.P. Lovecraft gönnen. So musste ich vorerst H.P. Lovecraft alleine in Empfang nehmen. Ein Autor eher zweifelhafter Literatur und nicht den kriminalistischen Fakten verbunden wie ich. Noch konnte ich nicht nachvollziehen, wieso sich ein Intellekt eines Sherlock Holmes mit einem Gruselgeschichtenerzähler, der zweifellos eine blühende Fantasie besaß, abgab. Aber inzwischen fanden H.P. Lovecrafts Treffen in der Baker Street in regelmäßigen Abständen statt. Hier wurden dann meistens haarsträubende Geschichten von ihm dargelegt, die Sherlock Holmes oft als Unfug entlarvte, aber ab und zu konnte selbst Sherlock Holmes sich kein klares Bild machen, sodass sein aber leider nicht mein Interesse an weiteren Ermittlungen geweckt wurden. »Herr Lovecraft, wie immer eine Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen«, sagte ich zu H.P. Lovecraft, als er unseren Salon betrat. »Haben Sie wieder einmal größere Würmer oder lebende Leichen angetroffen? Kommen Sie, lassen Sie Ihre Fantasie freien Lauf.« »Es ist mir auch immer ein Vergnügen, Sie zu treffen, verehrter Dr. Watson«, entgegnete H.P. Lovecraft. »Hat sie Sherlock Holmes wieder einmal mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt?« »Was?«, fragte ich verwirrt. »Ähm, so eine Partnerschaft haben wir nicht. Wir sind zwar freundschaftlich verbunden, aber diese Partnerschaft beruht auf dem gemeinsamen kriminalistischen Interesse.« »In Wertschätzung der Thesen des anderen. Wir klären Verbrechen.« »Das werden Sie jetzt nicht ganz verstehen, weil Ihnen Fakten und Rationalität fremd sind.« »Herr Dr. Watson, mir ist Ihre Arbeitsgemeinschaft bekannt und dass Sie Herrn Sherlock Holmes assistieren.« »Assistieren?« rief ich empört. »Keineswegs, wir arbeiten auf Augenhöhe.« »Natürlich«, beschwichtigte H.P. Lovecraft. »Und wir sind kein Liebespaar«, stellte ich auch nochmal fest. »Mein lieber Dr. Watson, ich habe mich auf Sherlock Holmes' Experiment bezogen, wo er unter ihrer tatkräftigen Mithilfe ein Mittel gegen Syphilis entwickeln wollte. Wenn ich mich richtig erinnere, in Zusammenarbeit mit dem Chemiker Alfred Bertheim.« »Ah, meine Hilfe war mehr unfreiwillig. Aber lassen Sie uns nicht mehr von diesem Syphilis-Experiment reden. Meine Laune ist schon schlecht und dadurch wird sie sich nicht verbessern,« beendete ich das Thema. »An so einem schönen Sonntagnachmittag haben Sie schlechte Laune? Gönnen Sie sich einen Spaziergang in der Sonne. Meine Laune hebt sich dabei immer.« Ich antwortete Herrn H.P. Lovecraft nicht, dass meine Laune vor seinem Auftauchen ausgezeichnet war. Aber die Aussicht auf einen Hokuspokus-Nachmittag mit Herrn Lovecraft hat Sie von ausgezeichnet zu ausgezeichnet H.P. Lovecraft und mein unangenehmes Schweigen wurde durch das ersehnte Eintreten von Sherlock Holmes beendet. Überschwänglich begrüßte er H.P. Lovecraft mir, zwinkerte er heimtückisch zu und setzte sich dann auf seinen Sofasessel. »Ich bin mir sicher, die beiden Herren hatten während meiner Abwesenheit schon anregende Gespräche, die sicher von der großen Wertschätzung, die sie füreinander hägen, getragen wurden.« »Also, wenn ich ehrlich bin,« fing ich an, Sherlock Holmes zu antworten, wurde aber von ihm unterbrochen. »Ehrlichkeit wird manchmal überbewertet,« sagte Sherlock Holmes und wandte sich dann H.P. Lovecraft zu. »So, mit was wollen Sie uns heute begeistern?« rief Holmes und rieb sich die Hände. »Eine seltsame Delikatesse habe ich heute für Sie. Ich bin mir sicher, Sie und Dr. Watson werden interessiert sein. Es ist ein Fall, den Sie so sicher noch nie hatten.« Ich schnaufte abwertend, aber behielt jede Bemerkung, die mir auf der Zunge lag, für mich. Schon vor dem Eintreffen von H.P. Lovecraft habe ich mir vorgenommen, heute nicht auf die Provokationen einzugehen. Und mich zu unüberlegten Bemerkungen hinreißen zu lassen, weder auf die von H.P. Lovecraft noch auf die von Sherlock Holmes, der ein ausgesprochenes Vergnügen hat, mich mit scheinbar nebensächlichen Bemerkungen zu H.P. Lovecraft und seiner Arbeit sowie Seriosität aufzuziehen. »Es handelt sich um eine Mordserie in einer kleinen Ortschaft namens Eltham in der Grafschaft Blankenshire. Ich konnte Morde bis ins Jahr 1862 zurückverfolgen.« »Das wären ja weit mehr als 30 Jahre«, rief ich. »Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es noch einige Jahre oder Jahrzehnte mehr sein könnten. Aber mit den gesicherten Aufzeichnungen kann ich nur bis 1862 zurückgehen. Wir reden von zwei bis drei Opfern jährlich.« »Dann wären das wohl mehr als 100 Morde?« »Ich bin mir sicher, ich hätte darüber gelesen, wenn so eine Mordserie in England wüten würde. Und der Mörder wäre bekannter als Jack the Ripper. Beides blieb mir bisher verborgen«, führte ich aus. »Für wahr, Herr Dr. Watson. Es fehlt eine Kleinigkeit«, sagte H.P. Lovecraft. »Und die wäre?« »Die Opfer. Bisher wurden keine Leichen gefunden, sie gelten nur als vermisst.« »Herr Lovecraft, ich bitte Sie«, entgegnete ich. »Nur weil wer vermisst wird, muss er nicht zwangsläufig ermordet worden sein. Viele Leute verschwinden und tauchen in Amerika oder Australien wieder auf, manche auch unter anderen Namen.« »Da haben Sie sicher recht. Aber bedenken Sie, wir reden von einer sehr kleinen Ortschaft. Alle Opfer waren in der Gegend zum Wandern. Altham ist nicht gerade der Punkt auf der Landkarte, von wo man einen Neuanfang startet oder verschwindet. Bedenken Sie, wir reden von über 100 Verschwundenen.« Sherlock Holmes räusperte sich, stand aus seinem Sofasessel auf und drehte nachdenklich eine Runde durch den Salon. Dann blieb er stehen und sagte »Absolute Lovecraft, es handelt sich um einen interessanten Fall. 100 vermisste Personen in Altham müssen mehr als ein Zufall sein. Aber nun bitte ich Sie mir noch den Punkt zu nennen, warum Sie sich dafür interessieren. Dr. Watson würde nach dem Hokuspokus fragen.« »Also, wenn Sie mich fragen, Holmes, dann wären mir 100 Verschwundene schon Hokuspokus genug?«, stellte ich fest, war mir aber sicher, dass nach Sherlock Holmes Worten wohl noch ein HP Lovecraft-Faktor dazukommen dürfte. HP Lovecraft lachte auf, schlug die Beine übereinander und sagte »Der Hokuspokus, meine Herren, ist der, dass zwei der Verschwundenen wieder aufgetaucht sind, beziehungsweise sagen wir, sie wurden gefunden.« »Also gibt es zwei Leichen?«, sagte ich. »Nein, Herr Dr. Watson, die zwei Leichen leben. Und bevor sie sich jetzt empören, sie waren nie Leichen. Es handelt sich also um keine lebenden Leichen. Das Verstörende ist deren Zustand, körperlich sowie geistig. Aber hier möchte ich wieder nicht zu viel verraten, da ich ihre Objektivität bewahren möchte.« »Mein guter Herr Lovecraft, meine Wenigkeit ist immer objektiv. Niemals würde ich, Sherlock Holmes, mich von ihnen beeinflussen oder sogar manipulieren lassen. Hierfür wäre Dr. Watson eindeutig zugänglicher.« Ich lachte auf und sagte spöttisch »Natürlich, Holmes. Nichts liegt mir ferner, als für die Fantastik zugänglich zu sein. Die Realität kann man vernachlässigen und wofür brauchen wir Fakten? Ganz mein Zugang.« »Auch der Hohn wird sie nicht erretten, mein lieber Dr. Watson. Ich bin mir sicher, bevor wir den Fall beenden, werden sie wieder einmal an allem zweifeln, an dem Hier und Jetzt und werden schmerzlich von mir die Antworten verlangen, damit sie ihren Schlaf finden,« sagte Sherlock Holmes sackig zu mir. »Aber lassen Sie uns hören, was Herr Lovecraft noch bereit ist, uns mitzuteilen, ohne unsere Objektivität damit zu beeinflussen.« »Auf jeden Fall zwei Namen und zwei Adressen,« sagte H.P. Lovecraft. Anna Cusick. Sie wurde vor eineinhalb Jahren, ein Monat nach ihrem Verschwinden, gefunden. »Und James House.« Er wurde vor drei Monaten gefunden, was auch ungefähr ein Monat nach seinem Verschwinden war. Beide leben in London. Ich würde vorschlagen, dass Sie beide aufsuchen und danach entscheiden, ob es sich nicht doch um eine mysteriöse Mordserie handelt.« Nachdem sich H.P. Lovecraft verabschiedet hatte, setzten Sherlock Holmes und ich uns zu Tee und Kuchen, den uns Mrs. Hudson servierte. Ihr Orangenkuchen war unschlagbar. Bedauerlicherweise bestand sie darauf, das Rezept mit ins Grab zu nehmen. Sherlock Holmes' Anmerkung, dass ich danach ja nur H.P. Lovecraft um die nötigen Informationen bitten müsste, ignorierte ich gelassen und stopfte mir lieber ein weiteres Stück Kuchen in den Mund. Auch ignorierte ich, dass man mit vollem Mund nicht sprechen sollte und murmelte, »Was halten Sie von unserem neuen Fall?« »Warten wir noch ab, ob es ein neuer Fall wird. In der Regel bin ich nicht besonders interessiert an dreißig Jahre langen vermissten Personen. Oft verschwinden Personen bewusst oder in diesen Fällen könnten sie auch verunglückt sein bei ihren Wanderausflügen. Es ist doch eine teilweise sehr unwegsame Gegend in den Wäldern und Gebirgen um Altham.« Sherlock Holmes schüttelte den Kopf, als er mich beobachtete, wie ich mir das letzte Stück Kuchen in den Mund schob. Er atmete tief ein und reichte mir seinen Teller mit dem noch unberührten Stück Kuchen. »Danke, sehr entgegenkommend,« erwiderte ich. »Ihre Begeisterung für einen Kuchen, wo Sie nicht einmal wissen, welche Zutaten alle enthalten sind, erschließt sich mir nicht.« »Holmes, kosten Sie, dann werden Sie mich verstehen. Wobei, Ihr Stück werden Sie nicht zurückbekommen?« »Mein lieber Dr. Watson, Mrs. Hudson pflegt einen geregelten Tagesablauf. Zum Beispiel macht sie immer, nachdem sie den Teig angerührt hat, einen einstündigen Spaziergang, währenddessen der Teig zieht. In dieser Zeit könnte weiß Gott, wer in die Küche gehen und den besagten Kuchenteig verfeinern. Vorzugsweise mit Opiaten. Aber es könnten natürlich auch andere Substanzen wie Arsen, Strychnin, Nikotin, Blausäure oder Zyrnkali ihren Weg hineinfinden, und durch den besagten hervorragenden Orangengeschmack würden Sie nicht einmal was merken, bevor es nicht schon zu spät ist. Es kommt natürlich immer auf die Person an, die sich unwissentlich an Mrs. Hudson's Kuchenteig vergreift. Nicht auszudenken wäre eine wissenschaftlich interessierte Person, die ab normen Experimenten offen gegenübersteht.« Mir blieb der Bissen im Mund stecken. Ich öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, aber er blieb lautlos offen stehen. So fassungslos war ich. Sherlock Holmes schaffte es immer wieder, mich völlig aus der Bahn zu werfen. Ich stellte den Teller geräuschvoll mit den restlichen Orangenkuchen auf den Tisch und starrte Sherlock Holmes feindselig an. »Mein guter Dr. Watson, ich führte nur aus, was passieren hätte können, während Mrs. Hudson ihren Spaziergang nachging. Zum Glück war niemand außer uns zwei während Mrs. Hatsons Spaziergang anwesend. Und seien Sie gewiss, niemals würde ich Sherlock Holmes etwas in Mrs. Hatsons Kuchenteig mischen, nicht auszudenken, was passieren könnte. Mrs. Hudson ist nicht mehr die Jüngste, und niemals würde ich mir verzeihen, wenn ihr was passieren würde.« Ich brummte mürrisch und nahm wieder meinen Kuchenteller. Die restlichen Bissen hatte ich jetzt wohl mehr als verdient. »Vielmehr würde ich mein Stück Kuchen mit einer Substanz versetzen und dann einer anderen Person anbieten. Ist viel zielsicher, als eine Substanz auf den ganzen Kuchen zu verteilen. Und die Ergebnisse wären eindeutig aussorgekräftiger.« »Verdammt nochmal, Holmes! Es reicht!« schrie ich und sprang aus dem Sofasessel auf. Verärgert ging ich drohend einen Schritt auf Sherlock Holmes zu. Holmes hob die Augenbrauen. »Sie haben völlig recht. Wir sollten los. Ich würde vorschlagen, wir suchen zuerst Anna Cusick auf,« sagte Sherlock Holmes trocken und sprang ebenfalls aus dem Sofasessel auf. Besuch bei Anna Cusick. An der Tür empfing uns Elizabeth Cusick, die jüngere Schwester von Anna. Sie führte uns in eine Küche zu einem alten Holztisch und sagte, wir sollen warten. Sie wolle die Schwester jetzt holen. Als Elizabeth Cusick ihre Schwester Anna in die Küche führte, überkam ich einen Schreck. Zu unerwartet war der Anblick ihrer Augen, oder besser gesagt, der fehlenden Augen. Elizabeth führte Anna zu einem Stuhl und ließ sie dort sicher in den Sessel gleiten. Ich musste noch einmal schnell Anna Cusick und stellte fest, dass neben der fehlenden Augen noch mehr Einschränkungen bestanden. Eine Hand fehlte, wenn ich mich nicht sehr irrte und sie nicht unter der Bluse versteckt war. Auf der anderen Hand war eine verkrustete und schon sehr alte Haut. Anna Cusick hatte sich irgendwelche Schlimmes durchgemacht. Wieder verweilte ich einen Moment an den Augen. Es waren nur dunkle, schwarze Löcher dort, wo einen sonst Augen ansprachen. »Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen,« sagte Sherlock Holmes. »Mehr als Zeit habe ich auch nicht mehr zu bieten,« sagte Anna Cusick mit einer dünnen und traurigen Stimme. »Mein Name ist Sherlock Holmes, Privatdetektiv. Der Herr neben mir ist mein treuer Assistent Dr. Watson.« »Sehr erfreut,« sagte ich und verbeugte mich, wobei mir bei der Verbeugung klar wurde, dass diese wohl nicht wahrgenommen wurde. In dieser Situation verziehe ich Sherlock Holmes auch meine Betitelung als Assistent. Sherlock Holmes wartete noch einen Augenblick, ob nach meiner Verbeugung noch etwas Unpassendes kommen würde. Dann setzte er fort. »Wir untersuchen die Umstände Ihres Verschwindens und Ihres späteren Auftauchens.« »Danke, Herr Holmes. Herr Lovecraft hat mir Ihr Willkommen angekündigt. Dr. Watson und Sie sind die ersten Personen, die sich dafür interessieren, natürlich neben Herrn Lovecraft.« Anna Cusick holte tief Luft. »Und Sie, Sherlock Holmes, sind mir natürlich ein Begriff, einer der größten Privatdetektive seiner Zeit. Auch wenn es mir nicht helfen wird, bin ich mir sicher, Ihr Einschreiten wird Menschenleben retten.« »Sehr freundlich. Ich werde auf jeden Fall versuchen, alle Umstände der damaligen Ereignisse aufzuklären. Am besten Sie schildern uns einmal, an was Sie sich noch erinnern können,« sagte Sherlock Holmes. »Ich wollte für eine Woche raus aus London und entschieden, mich nach Oldham zu fahren, um dazu wandern und abzuschalten. In einem kleinen Gasthaus in Oldham, es war auch das einzige Gasthaus, mietete ich mir ein Zimmer für eine Woche. Am Tag meines Verschwindens erkundigte ich mich nach dem besten Weg zum Oldham-Pass. Der Weg war, dass ich auf dieser Straße bleiben soll, und keine der Waldwege, die davon abgehen nehmen soll. Sie seien oft schwer begehbar, und man konnte sich leicht verirren. Ich war schon ein gutes Stück unterwegs, vielleicht vier bis fünf Meilen. Da war die Straße gesperrt, und ein Schild wies darauf hin, dass es gefährlich wäre, diese Straße weiterzugehen. Ein weiteres Schild wies auf eine Umleitung, hin, wie man trotzdem zum Oldham-Pass kommen konnte. Da es ausgeschildert war, dachte ich mir nichts dabei, als ich auf den kleinen Waldweg abbog. Anna Cusick atmete tief ein und schwer aus. Nicht nur Sherlock Holmes, auch mir war klar, der schwere Teil ihrer Erzählung würde noch kommen. Eine Zeit lang war der Weg gut begehbar. Es gab auch keine Abzweigungen, aber dann wurde der Weg immer beschwerlicher und beschwerlicher. Als ich mich schon entschlossen hatte, umzukehren, brach ein Gewitter los, was seinesgleichen suchte. Es kam so unerwartet, dass ich schon durchnässt war, als ich meinen Regenschutz aus meinem Rucksack holte. Und da sah ich es. Anna Cusick stockte einen Augenblick und fuhr sich mit ihrer verbliebenen Hand über die augenlosen Augenhöhlen. Nicht weit vom Weg entfernt einen grünen Schimmer. Ich ging darauf zu und erkannte in dem grünen Schimmer eine Lichtung und ein altes Haus. Dort brannte Licht und ich dachte mir, ich könnte dort vielleicht für die Dauer des Gewittes einen Unterschlupf finden, sagte Anna Cusick und schwieg dann. Liebes, willst du ein Glas Wasser? fragte Elizabeth Cusick ihre Schwester. Soll ich weiter erzählen? Du musst es nicht noch einmal durchmachen. Ich kann alles Wichtige Herrn Sherlock Holmes und Dr. Watson erzählen. Nein, sagte Anna Cusick bestimmt. Ich muss es erzählen, es ist wichtig. Sie müssen es von mir hören. Sie nahm einen großen Schluck Wasser und sprach weiter. Ich ging zum Haus und klopfte, aber niemand öffnete mir. Da die Tür nicht versperrt war, trat ich ein und rief nach den Bewohnern. Es kam keine Antwort. Ich nahm an, dass die Bewohner unterwegs waren. Es roch modrig. Ich ging in den Raum rechts vom Eingang. Es war offensichtlich ein Wohnraum, Kamin, Sofa, aber auch ein Esstisch. Am Esstisch brannte eine Kerze. Es muss die Lichtquelle sein, die ich von außen schon sah. Anna Cusick schluckte schwer. Da war ein Buch auf dem Tisch. Es war ein seltsames Buch für so ein Haus. Es hatte ein antediluvianisches Aussehen. So ein Buch erwartete man eher im Museum, aber nicht in einem alten Haus im Wald. Es war in Leder gebunden und mit Metallbeschlägen versehen und befand sich in einem ausgezeichneten Erhaltungszustand. Ich wurde magisch von diesem Buch angezogen. Ich schlug es auf und erschrak. Die Seite, die ich aufschlug, zeigte ein Bild von einem Metzger, der einen Menschen zerlegte. Das Bild sah beinahe lebendig aus. Lebendig? fragte ich nach. Nicht nur wegen meinem Unglauben, sondern um Anna Cusick eine Pause zu gönnen. Holmes, was meinen Sie? Immer wieder gab es begnadete Maler, wo man sagte, sie haben das Leben selbst ins Bild eingefangen. Griff Sherlock Holmes. Mehr wieder will ich meine Frage auf und sah mich eher verärgert an. Nein, nein, nicht so. Der Metzger schien sich zu bewegen und ich fühlte mich beobachtet. Und dann hörte ich ein Knarren über mir. Im Raum über mir bewegte sich wer. Es war ein schlürfender Gang. Ich lauschte und hörte dann wehen die Treppen langsam und klappernd heruntersteigen. Ich schloss das Buch wieder. Während ich mir überlegte, was ich sagen sollte, da ich ja doch in einem fremden Haus eingedrungen war, ging knarrend die Tür auf und ein alter, sehr alter Mann trat ein. Ich spürte sofort Furcht vor ihm. Er war weißbärtig und zerlumpt. Obwohl er alt aussah, konnte man sein Alter schwer schätzen. Sein Bart verdeckte sein Gesicht. Seine Haare waren weiß und ungepflegt. Ungepflegt war auch sein ganzes Äußeres. Seine Kleidung bestand nur aus Fetzen. Was hat er gemacht? fragte ich aufgeregt, da ich jetzt doch gespannt Anacusics Worten lauschte. Nicht das, was ich erwartet hatte. Er grüßte mich freundlich und sagte, dass es gut sei, dass ich ins Haus gekommen bin bei dem heftigen Gewitter. Er habe mich nicht gehört, weil er ein Schläfchen hielt. Er sagte, ich soll am Tisch Platz nehmen. Währenddessen ging er Tee holen. Die Tassen, mit denen er mit dem Tee servierte, könnte aus einem Königshaus stammen. Wie bei dem Buch war ich erstaunt, so etwas in diesem Haus vorzufinden. Anacusic seufzte. Danach werden meine Erinnerungen leider immer verschwommener und verschworener. Anacusic sprach nicht weiter. Unsicher sah sie Sherlock Holmes an und knetete mit ihrer Hand ihren Oberschenkel. Keine Sorge, fragt Jusic. Sie können frei reden und einfach nur das ausführen, an was sie sich erinnern, was sie nur verschwommen oder schemenhaft wahrgenommen haben. Auch ihre Gedanken können hilfreich sein. Sprechen sie ungezwungen. Wir suchen Antworten und urteilen nicht über sie, sagte Sherlock Holmes, außergewöhnlich sanft und fürsorglich. Egal, was ich sage, Sie werden den Fall weiterverfolgen? fragte Anacusic. Selbstverständlich, entgegnete Sherlock Holmes sofort. Er goss mir Tee ein. Für sich selbst stellte er nur ein Glas Wasser auf den Tisch. Dann setzte er sich zu mir, rutschte näher und lächelte mich an und meinte, ich habe seine Kostbarkeit schon gesehen. Dabei deutete er auf das Buch. Er schlug es auf, genau auf der Seite, wo ich es zuvor schon aufgeschlagen hatte. Er strich beinahe zärtlich über das Metzgerbild. Dann sah er mich an und sagte mir, dass ich die schönsten blauen Augen habe, die er je gesehen hatte. Anacusic fuhr sich instinktiv mit ihrer verbliebenen Hand dorthin, wo einst ihre Augen waren. Seine Augen waren dagegen schwarz wie die Nacht. Mir selbst wurde immer unwohler. Mir wurde schwindelig und ich hatte keinen klaren Blick mehr. Der alte Mann schnitt mir in den Finger und ließ mein Blut auf das Metzgerbild tropfen. Oder nein, vielleicht hatte ich mich auch geschnitten. Ich kann es nicht mehr sagen. Aber der Metzger schien sich über das Blut zu freuen. Er löste sich vom Bild und stieg hinaus. Er sah erschreckend aus, obwohl er nicht groß war und auf seinem Bild saß. Ich schrie, wollte aufstehen und davonlaufen, aber ich konnte nicht, ich konnte mich nicht bewegen. Dann sagte der alte Mann, dass ich nicht gehen könne, da er noch nicht diese wunderschönen blauen Augen bekommen hat und dass ich sie ihm doch sicher geben möchte. Er wandte sich an den Metzger und fragte ihn, wie wohl diese Augen schmecken würden. Da hüpfte der Metzger auf mich zu. Ich konnte mich nicht bewegen und dann sprang er mir ins Gesicht. Danach ist alles schwarz geworden. Die nächste Erinnerung, die ich habe, war, dass ich in einem Krankenhaus zu mir kam. Damit schloss Anna Cusick ihren Bericht von den damaligen Ereignissen. Sherlock Holmes bedankte sich bei Anna Cusick für ihren ausführlichen Bericht und versicherte ihr, dass ihre Ausführungen hilfreich und sehr wichtig waren, auch für das weitere Verständnis und wie man weiter vorgehen würde. Auch versprach Holmes nochmal, sich diesem Fall zu widmen, bis er Ergebnisse hätte. Danach verließen wir Anna und Elizabeth Cusick. Wir waren in der Kutsche auf dem Weg zur Wohnung von Herrn James' Haus. Nun, Holmes, was halten Sie von Anna Cusicks Schilderung? Fragte ich. Sie würde doch ohne Zweifel unter Drogen gesetzt. Sherlock Holmes nickte nachdenklich. Ja, das können wir als sicher akzeptieren. Ansonsten müssen wir uns darauf konzentrieren, was passierte, bevor sie den alten Mann getroffen hat. Der Bericht über den alten Mann ist sehr fantastisch. Wissen Sie, Holmes, Drogen können die Wahrnehmung bis an die Grenze des Vorstellbaren bringen. Mit gewissen Substanzen ist es sogar möglich. Mein lieber Dr. Watson, unterbrach mich Sherlock Holmes, mit wem, glauben Sie, reden Sie da? Ich möchte nicht unbescheiden klingen, aber ich bin wohl die Koryphäe auf diesem Gebiet. Und wenn Sie wüssten, wen aller ich unter Drogeneinfluss getroffen habe und was ich alles gesehen habe, würden Sie an meinem Verstand zweifeln. Daran zweifle ich auch so des Öfteren, murmelte ich mehr für mich. Also müssen wir den Bericht von einer Cusick, seit sie den Tee getrunken hatte, mit Vorsicht betrachten. Hier wird womöglich nicht alles der Realität entsprechen. Was sind die Fakten, die davor passierten? fragte Holmes wohl mehr sich als mich. Ich zweifelte gerade noch mehr an seinem Verstand, verkniff mir aber eine spitze Bemerkung zu, hier wird womöglich nicht alles der Realität entsprechen, und antwortete, der wohl entscheidende Fehler war, dass sie die Panoramastraße zum Oldham-Pass verlassen hatte und auf den Waldweg abbog. Genau, Dr. Watson. Darum können wir davon ausgehen, dass es geplant war, was einer Cusick passierte. Sie wurde ja aufgefordert, den Waldweg zu nehmen. Hier sind wir noch bei einem klassischen Verbrechen. Eine Falle wurde aufgebaut, in die sie gutgläubig hineinlief, stellte Sherlock Holmes fest. Gut, da haben sie sicher recht, dass es eine Falle war, aber der alte Mann konnte nicht ein Gewitter in seine Falle einbauen, und wenn sie es nicht vergessen haben, Anna Cusick meinte, sie war schon beinahe dabei umzukehren, als das Gewitter losbrach. Dr. Watson, ich vergesse nie etwas. Aber hier muss ich Ihnen widersprechen. Ein ortskundiger alter Mann, der schon sein ganzes Leben dort verbringt, könnte ein Gewitter mit großer Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Frau Cusick wollte umkehren. Wie weit das wirklich zutraf oder jetzt ihr beruhigender Wunschgedanke ist, wissen wir nicht. Wie auch immer, sie wäre so oder so in Kürze auf dieses alte Haus getroffen. Ich bin überzeugt, sie wäre auch ohne dem Gewitter zum alten Haus gegangen. Dort hätte sie wohl nach dem Weg gefragt, wie sie oder ich es auch getan hätten. Naja, eher sie. Ich verirre mich grundsätzlich nicht. Sie vergessen die Katakomben von Paris, mein lieber Freund. Meines Wissens fand ich wieder hinaus, entgegnete Sherlock Holmes trocken. Ja, weil sie einer Ratte gefolgt sind. Nicht irgendeiner Ratte, Dr. Watson. Aber lassen Sie das jetzt. Diesen Fall können wir ein anderes Mal genauer erörtern. Ich merkte ein gewisses Unbehagen bei Sherlock Holmes, als ich ihn an diesen Fall erinnerte. Ich sollte eindeutig irgendwann in diesem Fall niederschreiben oder noch besser H.P. Lovecraft erzählen. Ja, dieser Fall würde Herrn Lovecraft zusagen. Ich lachte in mich hinein bei diesem Gedanken. Sherlock Holmes widmete sich wieder »Dieser grünen Schimmer«, sagte er nachdenklich. »Es könnte eine optische Täuschung gewesen sein durch äußerliche Einwirkungen. Das Gewitter, eine moosbewachsene Lichtung beim alten Haus und womöglich riss entfernt die Wolkentecke schon wieder auf und ein paar Sonnenstrahlen trafen auf die Lichtung. Da muss schon sehr viel aufeinandertreffen, damit es so einen Effekt gibt. Wiederum für das Nordlicht. Ja, ja, Dr. Watson, es handelt sich um kein Polarlicht. Dies ist mir durchaus bewusst. Auch ich weiß, wo geografisch Altheim liegt. Was ist Ihre Erklärung zum grünen Schimmer?« fragte Sherlock Holmes. »Dass er nicht da war?« rief ich kurz und bündig. »Es mag zwar sein, dass Frau Cusick daran glaubt, aber wahrscheinlicher ist, dass es diesen grünen Schimmer nie gab, sondern, dass sie das nachträglich jetzt so wahrnimmt, um das Unerklärliche für sich erklärlicher zu machen.« Sherlock Holmes nickte. »Lassen wir das einmal so stehen.« Dann betrat sie das alte Haus und ging zweifellos in das größte Zimmer, den Mittelpunkt des Hauses, und dort fand sie dieses Buch auf dem Tisch präsentiert, als wäre es extra für sie hingelegt worden. Und dann hat sie das Buch aufgeschlagen, genau an der Stelle, wo das Metzgerbild war. Sherlock Holmes schlug seine zwei Hände nachdenklich ineinander und verharrte. Der alte Mann hat es später genau an der gleichen Stelle aufgeschlagen. »Eigenartiger Zufall«, merkte ich an. »Kein Zufall. Wenn ein Buch immer an einer Stelle geöffnet am Tisch liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man es an dieser Stelle wieder öffnet, als an einer anderen. Oder nachdem wir keine andere Seite kennen, kann das Buch natürlich durchgehend mit dem Metzgerbild bestückt sein. »Ach, seien Sie nicht albern, Holmes«, rief ich. »Das wäre doch ein sehr einseitiges Buch.« »Es gibt auch noch die dritte Möglichkeit.« »Die wird Ihnen aber am wenigsten zusagen.« Das Buch wurde von einer übersinnlichen Kraft an genau dieser Stelle geöffnet. »Hm. Ich... Ich tentiere zu Ihren ersten Gedanken,« sagte ich, und schaue ich dir mit einer Hand den Gedanken an Übersinnliches weg. »Wir werden mehr wissen, wenn wir mit Herrn James House geredet haben. Danach können wir uns schon ein Bild machen und entscheiden, was unser nächster Schritt sein wird und wo er uns hinführen wird.« Ich wusste jetzt schon, wo uns der nächste Schritt hinführen wird, sagte aber nichts, nahm mir aber vor, gute Regenkleidung einzupacken. Bericht über den Besuch bei James House Zum Gegensatz zu Anna Cusicks Bericht war James House' Bericht von Anfang an verwirrend und oft zusammenhanglos. Ich habe deswegen das Wichtigste aus seinen Erzählungen für Sherlock Holmes und mich zusammengefasst. James House war in keinem guten Zustand, wobei seine Begegnung mit dem alten Mann im Wald auch weniger lang her war als die Begegnung von Anna Cusick. House war bettlägerig, ihm fehlten beide Beine. Körperlich fehlte ihm ansonsten nichts, aber sein Blick war glasig und öfter ein wenig irre. Laut seiner Pflegerin bekam er eine relativ hohe Dosis Morphium, um seine Schmerzen zu lindern und wahrscheinlich auch die Geistigen zu beruhigen. Sein Bericht unterschied sich zuerst wenig von dem von Anna Cusick. Auch er wollte auf den Altham-Pass und informierte sich beim gleichen Wirten. Meine Anmerkung, dass wir uns einmal den Wirten genau ansehen sollten, wischte Sherlock Holmes mit der Hand weg. Er sah keinen Verdachtsfall, da in Altham es der einzige Wirt mit Beherbergung war. Außerdem warnte der Wirt James House wie Anna Cusick, die Panoramastraße zu verlassen, da man sich in den Wegen der Wälder leicht verlaufen konnte. Auch James House traf auf eine Absperrung, wo die Panoramastraße wegen Gefahr gesperrt war. Eine Umleitung führte ihn in den nächsten Waldweg. Wie bei Anna Cusick wurde er nach einer Weile von einem heftigen Gewitter überrascht. Worauf er kurze Zeit später ein altes Haus im Wald entdeckte, auch er sah den grünen Schimmer und ein Licht im Haus brennen. Auf sein Klopfen öffnete ihm niemand, so trat er ein und rief nach den Bewohnern. Als ihm niemand antwortete, ging er in das Wohnzimmer mit einem großen Holztisch, worauf ein altes Buch lag. Es sah überaus kostbar aus und passte nicht zum restlichen Erscheinungsbild des Hauses. James House wurde von dem Buch magisch angezogen, Ob es eine geheimnisvolle Kraft des Buches war, möchte ich bezweifeln. Viel eher ist es der Neugierde geschult, ein solches Buch in einem derartigen Haus zu finden. Jedenfalls, James House öffnete das Buch genau an der Stelle, wo das Bild des Metzgers war. In diesem Augenblick hörte er ein Knarren im oberen Stock und dann wie eine Person die Holztreppe herunterkam. Schnell schloss er das Buch und wollte zur Türe gehen, als der alte Mann schon vor ihm stand. Er hieß James House willkommen und bot ihm an, am Tisch Platz zu nehmen, während er ihm einen Tee machen wollte. Als sich der alte Mann zu James House setzte und ihm seinen Tee gab, sich selbst servierte er nur ein Glas Wasser, stellte er fest, dass seine alten Beine die Dienste nur noch eingeschränkt durchführten. Er wünschte, er hätte wieder so junge, kräftige Beine wie James House. Sherlock Holmes und ich ahnten, auf was das in Kürze hinauslaufen würde. James House' Bericht wurde aber bizarrer als einer Cusicks, was ich persönlich auf das Morphium schob. Er konnte sich noch erinnern, dass auch er von dem alten Mann geschnitten wurde und als das Blut auf das Bild im Buch tropfte, fing der Metzger sich an zu bewegen und aus dem Bild zu steigen. Aber danach redete James House nur noch sehr verwirrend. Sogar den Leibhaftigen erwähnte er immer wieder, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob er hierbei über den alten Mann redete. Der Metzger wurde immer größer und größer und hat ihm dann die Beine abgehackt, um sie dem Leibhaftigen zu braten. Hier sollte ich den Bericht spätestens beenden. James House glitt zu sehr ins Fantastische und Unglaubhafte ab. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass James House behauptete, selbst am Festmahl für den Leibhaftigen teilgenommen zu haben und ihm ein Teil seines Beines dabei serviert wurde. Dies klang aber nur noch nach einem Hirngespinst eines Menschen, der jeglichen Bezug zur Realität verloren hatte. Im Grunde konnte ich es nachvollziehen. Schreckliches ist ihm ohne Zweifel widerfahren. Dabei haben sich schon mehr Menschen in den Wahnsinn geflüchtet. Am nächsten Morgen fuhren Sherlock Holmes und ich mit dem ersten Zug in der Früh Richtung Oldham. Die Fahrt würde den kompletten Tag in Anspruch nehmen. In meinem Gepäck hatte ich nicht nur gute Regenkleidung, sondern auch meinen Webley-Revolver. Ich hatte zwar keine Befürchtung, ihn gebrauchen zu müssen, aber fühlte mich trotzdem nach den gestrigen Horrorgeschichten so wohler. Wir waren schon eine Zeit lang unterwegs, als ich versuchte mit Sherlock Holmes zum wiederholten Male ein Gespräch zu beginnen. Sind wir denn jetzt nach den Berichten von Anna Cusick und James House schlauer? fragte ich. Wie, möchte ich bezweifeln? Ich bin zweifellos schlauer, erwiderte Sherlock Holmes nüchtern. Man könnte auch sagen arrogant, wenn man ihn nicht so gut kannte wie ich. Holmes, das ist eine Redensart, aber gut, was können Sie aus beiden Berichten erfahren bzw. Schlussfolgern? Dass wir es mit einer heimtückischen Person zu tun haben. Die Fälle werden immer gleich aufgebaut für Ortsunkundige. Das Opfer wird unter Drogen gesetzt. Unser Verdächtiger, der alte Mann, ist körperlich so eingeschränkt, dass er nur durch Hinterlist an seine Opfer kommt und sie nur dadurch überwältigen kann, sagte Sherlock Holmes und ergänzte danach, denke ich, und danach mit den Opfern, das ist die Frage, Dr. Watson, was macht er mit seinen Opfern? Ich, ich hoffe inständig, er isst die Teile nicht wirklich, sagte ich besorgt. Kannibalismus wäre tatsächlich eine Möglichkeit, sagte Holmes trocken. Oder er konserviert die Teile und behält sie als Trophäen, beides unschön und unerfreulich für deren Vorbesitzer. Denken Sie, dass es mehr als die zwei Opfer gibt? fragte ich. Ohne Zweifel. Hier sehe ich es wie unser geschätzter H.P. Lovecraft. Diese Abscheulichkeit betreibt der alte Mann sicher schon einige Jahrzehnte. Umso wichtiger ist es, dass wir dem ein Ende setzen, sagte Sherlock Holmes entschlossen, lehnte sich auf seinen Platz zurück und schloss die Augen. In Altham quartierte Sherlock Holmes und ich uns beim selben Werten ein, wo auch schon Anna Cusick und James House nächtigten. Beim Abendessen verwickelte Sherlock Holmes den Wirten in ein Gespräch über die Gegend. Aberglaube war hier noch vermehrt verbreitet. Wenn man den Worten des Wirtes Glauben schenkte, dann waren einige Personen sogar Hexenverbrennungen nicht ganz abgeneigt. Eine düstere Zeit der Menschheit, was hoffentlich Altham auch hinter sich hatte. Sherlock Holmes fragte den Wirten auch nach einem alten Mann im Wald, der zum Altham-Pass führte. Der Wirt zuckte nur mit den Schultern und meinte, hier seien viele Sonderlinge außerhalb des Dorfes und in den Wäldern hinauf zum Altham-Pass ginge er nicht. Dort haben sich auch schon Einheimische verlaufen, sodass man sie nie wieder fand. Wollen wir auf den Altham-Pass, dann sollen wir die Panoramastraße nehmen und auf keinen Fall von ihr abgehen. Auch wenn wir denken, es sei eine Abkürzung, die Wälder seien an vielen Stellen undurchdringlich. Sherlock Holmes und ich versicherten dem Wirten, auf jeden Fall auf der Panoramastraße zu bleiben. Ich genehmigte mir nach dem zweiten Bier noch einen Whisky als Trost, da ich mir überhaupt nicht sicher war, ob Sherlock Holmes' Zusicherung, die Panoramastraße nicht zu verlassen, wirklich der Wahrheit entsprach. Am nächsten Morgen machten wir uns nach dem Frühstück, wo uns der Wirt noch einmal ermahnte, auf der Straße zu bleiben, auf den Weg zum Altham-Pass. Inzwischen war ich mir auch sicher, dass der Wirt nichts mit den Verbrechen zu tun hatte. Ich hatte einen Rucksack mit Proviant für Sherlock Holmes und mich, da Holmes es als nicht notwendig erachtete. Aber da ich annahm, dass wir womöglich vom Weg abkommen, wollte ich zumindest für die erste Notlage gerüstet sein. Eines stellte ich schon am Anfang unseres Weges fest. Die Panoramastraße hatte einen atemberaubenden Blick. Wären hier nicht so viele Leute verschwunden, könnte ich mir auch vorstellen, hier eine Zeit lang zu wandern und abzuschalten. Vor allem von Sherlock Holmes könnte ich ab und zu eine Pause gebrauchen. Wobei ich zugeben muss, mein alter Freund schlägt sich beachtlich. Ich hatte damit gerechnet, dass Holmes nach spätestens einer Stunde die Puste ausgehen würde, aber nein, er hatte den Kopf nach oben gerichtet und und ging schweigend neben mir. Wir waren sicher schon zwei Stunden unterwegs, da kamen wir um eine Biegung und da war es, was Sherlock Holmes erwartet oder zumindest erhofft und ich gefürchtet hatte. Die Straße war abgesperrt, auf mehreren Schildern stand Gefahr und gesperrt. Das größte Schild hatte einen Pfeil zum Straßenrand, wo ein Waldweg von der Panoramastraße führte, dort stand auch Umleitung zum Altham Pass. Na schön, Dr. Watson, dann lassen Sie uns das Abenteuer beginnen, sagte Sherlock Holmes und ging auf den Waldweg zu. Stopp, rief ich. Sherlock Holmes blieb tatsächlich stehen, drehte sich um und musterte mich überrascht. Holmes, wir sollten hier nicht entlang gehen, alle haben uns gewarnt, die Straße zu verlassen. Aber Dr. Watson, weswegen sind wir denn sonst die Straße entlang gegangen? Außerdem werden Sie doch nicht Angst vor einem alten Mann haben, sagte Sherlock Holmes spöttisch. Jetzt wissen wir, wo die Abzweigung ist. Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt die Polizei hinzuzuziehen, entgegnete ich. Na gut, da wir beide nicht ortskundig sind, bleiben Sie am besten hier stehen. Wir werden sonst die Stelle nicht mehr finden. Ich gehe zurück und komme mit der Polizei wieder. Ich soll alleine hier bleiben? fragte ich zweifelnd. Ist es nicht besser, wir gehen zusammen? Wir sollten uns nicht trennen. Außerdem wird uns die Straßensperre wieder hierher führen. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, die Straßensperre wird weg sein, wenn wir wieder mit der Polizei hier auftauchen. Ich bin sportlicher als Sie. Vielleicht sollte ich gehen und Sie warten hier. Bei Ihnen warte ich wahrscheinlich den halben Tag. Mein lieber Dr. Watson, ich werde doch hier nicht alleine zurückbleiben, während der Täter zurückkommt, um die Falle wieder abzubauen. Aber ich soll? rief ich empört. Sie sind ja nicht alleine. Sie haben immer noch Ihren Webley Revolver. Ähm, vielleicht sollten wir doch den Waldweg versuchen. Uns zu trennen wäre ein Fehler. Wenn das Ihr Wunsch ist, Dr. Watson, dann lassen Sie uns weitergehen. Bitte, nach Ihnen, sagte Sherlock Holmes und deutete mit der flachen Hand Richtung Waldweg. Dieses Gespräch ist absolut nicht in meinem Sinn verlaufen. Ausmanövriert von Sherlock Holmes, in Ordnung, das wird mir nicht zum letzten Mal passiert sein. Ich brummte noch was Richtung Holmes und ging den Waldweg entlang, gefolgt von meinem so treuen Freund. Die erste Stunde war der Waldweg noch in einem guten Zustand und ich war mir sicher, dass ich ohne Probleme den Rückweg zur Straße finden würde. Sherlock Holmes trödelte ab und zu und untersuchte den Wegrand. Ich beschwerte mich nicht, ich hatte es nicht eilig, dorthin zu kommen, wohin es uns auch immer bringen wird. Aber nach der ersten Stunde wurde unser Waldweg schmäler und man sah, dass er nicht allzu oft begangen wurde. Immer mehr nahm sich der Wald den Weg zurück. Zuletzt war ich mir nicht sicher, ob es nicht die eine oder andere Weggabelung gab, aber Sherlock Holmes ging zielsicher weiter. Ohne Vorwarnung blieb Sherlock Holmes stehen. Beinahe wäre ich auf ihn aufgelaufen. Nun, Dr. Watson, wäre es angebracht, ihre Regenkleidung über zu ziehen. Sherlock Holmes hatte den Satz noch nicht zu Ende gesprochen, als ich die ersten Regentropfen spürte. Fünf Minuten später waren wir in einem der stärksten Gewitter, die ich je erlebt hatte. Aber was mir mehr Angst machte, war Sherlock Holmes Lachen, als wir einen grünen Schimmer erblickten und ein altes Haus, wo ein kleines einsames Licht brannte, was man durch ein Fenster sehen konnte. Auf zum Gefecht, rief Sherlock Holmes und schritt Richtung Haus. Ich zweifelte, ob ich in dieses Haus hinein mochte. Ich hing nämlich sehr an meinen Körperteilen. Zähne knirschend folgte ich Sherlock Holmes. Ich konnte ihn ja schwer alleine in das alte Haus lassen. In meiner Manteltasche umgriff ich den Webley Revolver, der mir zumindest etwas Sicherheit gab, wobei sie mir trügerisch vorkam, nachdem ich mir genau jetzt wieder die Erzählungen von Anna Cusick und James Haus einfielen. Sherlock Holmes klopfte, drei, vier Mal, dann öffnete er die Türe. Holmes, sagen Sie mir, dass Sie einen Plan haben und nicht einfach intuitiv reagieren, fragte ich zweifelnd. Sie meinen einen Plan, der Ihre Augen und Körperteile unberührt belässt, erwiderte Sherlock Holmes und sah mich mit einem Blick an, der mir nicht gerade Vertrauen einflößte. Ich nickte und folgte Holmes ins Haus, zuckte aber gleich zusammen, als Sherlock Holmes viel zu laut für meinen Geschmack schrie, Hallo, wer zu Hause, hallo? Er zuckte mit den Schultern und sagte zu mir, dann werden wir wohl vorher das Buch suchen müssen. Am besten Sie gehen nach links und ich nach rechts. Wirklich? Holmes, das ist nicht der Zeitpunkt, um mich zu necken. Wir werden uns auf keinen Fall in diesem Horrorhaus trennen. Dr. Watson, sagte Sherlock Holmes mit gespielter Überraschung, wenn das H.P. Lovecraft von Ihnen hören würde. Die Leute verlieren Körperteile und Augen. Ich möchte dem Schuldigen nicht alleine begegnen, stellte ich fest. Sie hoffen also, dass sich der alte Mann mehr für meine Gliedmaßen und Augen interessiert, fragte Sherlock Holmes, ohne eine Antwort zu erwarten. Na schön, mein treuer Dr. Watson, dann lassen Sie uns in den Raum rechts von uns ausgehen, dies kommt der Beschreibung von Anna Cusick am nächsten. Wir schritten durch die Türe und kamen in einen relativ großen Raum. Im Kamin brannte ein Feuer. Auf einem großen Holztisch lag das besagte Buch. Eine kleine Kerze brannte daneben, als hätte nur vor Kürzen wer darin geblättert. Es fiel mir ein Schaudern den Rücken herunter, als ich das Buch erblickte. Es passte wirklich absolut nicht in diesen Raum. Nicht nur wegen dem antediluvianischen Aussehen, eigentlich erwartet man in diesem Raum überhaupt kein Buch. Auf keinen Fall eines in so dicken Leder gebunden, mit verzierten Metallbeschlägen und eine Ausstrahlung, die rief, öffne mich. Ehrlich gesagt, fühlte ich mich wirklich von dem Buch ein bisschen angezogen und war aufgeregt angespannt, was wir bald erblicken würden. Sherlock Holmes schlug das Buch auf. Da war die beschriebene Seite. Wir beide sahen den Metzger. Es schien mir, als würde er leicht ungeduldig wippen und einen anlächeln. Mir lief eine Gänsehaut den Rücken hinunter. Das Bild im Buch war eine Abscheulichkeit, auch ohne den Metzger. Ein blutiges Gemetzel. Ich ging entschlossen auf das Buch zu und blätterte auf die nächste Seite und erstarrte. Ich erkannte eindeutig James Haus an einem Tisch sitzend, worauf ein Festmahl zubereitet war. Ich wollte mir nicht vorstellen, was da als Braten aufgezeichnet war. Einen Stock über uns hörte ich ein Knarren, als würde wer aus einem Bett oder Sofa aufstehen, gefolgt von Schritten. Langsame Schritte, die einem das Blut gefrieren ließen. Ich sah Sherlock Holmes aufgeregt an und zog meinen Webley Revolver. Stecken sie denn weg, zischte mich Sherlock Holmes an und lauschte den Schritten, die jetzt die Treppen hinunterschlürften. Sherlock Holmes blätterte zurück auf die Seite des Metzgers und zog die rechte Augenbraue hinauf. »Eigentlich faszinierend!« Ich prompte, wenn es sein muss, unzufrieden und steckte widerwillig den Webley Revolver wieder in meine Seitentasche des Mantels. Sherlock Holmes schlug schnell das Buch zu, keinen Augenblick zu spät. Einen kurzen Moment später ging die Tür auf und der alte Mann betrat den Raum. Als er Sherlock Holmes und mich sah, stutzte er kurz, als wäre er überrascht, dass wir zu zweit waren, ging dann aber weiter mit einem Lächeln auf uns zu. Sein Alter war schwer zu schätzen, er wirkte uralt, aber wenn man sich nur seine Hände ansah, da war die Haut straff und ohne Altersflecken. Dann sah ich seine Augen. Ich hielt den Atem an. Sie wach. Seine Kleidung war altmodisch und unsauber. Sein weiß vergilbter Bart ließen auch bei ihm auf wenig Hygiene schließen. Tut uns leid für unser Eindringen, sagte Sherlock Holmes zu dem auf uns zuschlürfenden alten Mann. Wir hatten geklopft und gerufen. Schon gut, schon gut, antwortete der alte Mann. Gut, dass Sie hereingekommen sind. Ich habe geschlafen. In letzter Zeit schlafe ich viel, Sie wissen das Alter, sagte der alte Mann und lachte tief. Das Wetter hier kann einen schon überraschen. Sie sehen durchnässt aus, setzen Sie sich. Ich werde Tee holen. Der wird Sie wieder aufwärmen und ihren Gliedern neue Kraft geben. Mit einem weiteren tiefen Lachen drehte der alte Mann um und verließ den Raum wieder. Um nichts auf der Welt werde ich den Tee anrühren, zischte ich Sherlock Holmes zu. So misstrauisch, mein guter Dr. Watson. Sie nicht? Und haben Sie seine Augen gesehen? Sie sind strahlend blau. In Anna Cusicks Bericht waren sie schwarz. Sie sprach von Ihren blauen Augen, die dem alten Mann so gut gefallen haben. Wenn ich diesen Gedanken weiterspinne, sagte ich und atmete tief ein. Sie meinen, er benutzt jetzt Ihre blauen Augen? stellte Sherlock Holmes sachlich fest. Hören Sie, Dr. Watson, der alte Mann wird bald zurück sein. Es wird wohl nicht bei Tee bleiben. Was wir benötigen ist ein kurzes Ablenkungsmanöver. Sobald wir uns an den Tisch setzen, lassen Sie sich fallen und von ihm helfen. Das wird reichen. Und um Gottes Willen, lassen Sie Ihre Hand vom Weble Revolver, sonst passiert noch ein Unglück. Bevor ich was erwidern konnte, ging knarrend die Tür wieder auf und der alte Mann kam mit einem Tablett herein, worauf zwei Tassen Tee und ein Glas Wasser standen. Er lächelte wieder, sodass ich mich mehr als nur unwohl fühlte. Der alte Mann stellte das Tablett auf den Tisch neben das Buch und sagte, Nehmen Sie doch Platz, lassen Sie uns ein bisschen plaudern, ich habe nicht oft Besuch hier draußen. Da es wohl ratsam war, Sherlock Holmes Anliegen nachzukommen, setzte ich mich nur seitlich auf den Sessel und kippte damit um. Danach ließ ich mich nach links unter einem Schmerzenschrei abrollen. Bevor ich mich aufraffen konnte, spürte ich einen harten Griff an meiner Schulter, der mich nach oben zog. Seien Sie vorsichtig! Es wäre ein Jammer, wenn Sie sich ein Bein brechen. Noch sehen Sie ja sehr brauchbar aus, sagte der alte Mann, als er mir auf den Stuhl half. Sie sind überhaupt nicht brauchbar, ich hänke seit dem Krieg und die Schmerzen, oh Gott, die Schmerzen, ich wünsche niemanden meine Beine, entgegnete ich schnell, machte ein leidvolles Gesicht und rieb mir die Beine. Ich rührte meinen Tee um, in der Gewissheit auf keinen Fall einen Schluck davon zu nehmen. Aber Sherlock Holmes rührte, legte den Löffel neben die Teeschale und nahm einen schlürfenden Schluck. Ich hustete aufgeregt. Mein lieber Dr. Watson, geht es Ihnen nicht gut? fragte mich Sherlock Holmes. Ich machte große Augen, hustete noch mal auffällig und schüttelte den Kopf. Mein guter Herr, mein Freund neben mir, der gerade mit einem Hustenanfall kämpft, ist der Herr Dr. Watson. Meine Wenigkeit ist Sherlock Holmes. Wie gesagt, es tut uns leid, das Eindringen in Ihr Haus. Sehr erfreut, Herr Sherlock Holmes und Herr Dr. Watson. Wie erwähnt, ist Ihre Anwesenheit kein Problem, sondern eher erwünscht. Es ist in Ordnung, Herr Holmes. Wie ist Ihr Tee? fragte der alte Mann. Ausgezeichnet, sagte Sherlock Holmes. Ich überlegte mir, ob es nicht langsam Zeit wurde, meinen Webley-Revolver aus der Tasche zu holen. Für mich hatte sich Holmes jetzt schon verkalkuliert. Als hätte er nie Anna Cusicks oder James House Bericht gehört. Übrigens, Dr. Watson hat zwar bediente Beine, aber seine Hände sind genial. Er ist ein hoch angesehener Arzt und man sagt ihm nach, was er mit seinen Händen anstellen kann, sucht seines Gleichen, sagte Sherlock Holmes zu meinem Entsetzen. Also, ähm, danke, aber Herr Sherlock Holmes übertreibt maßlos. Früher mag es stimmen, aber inzwischen plagt mich schon die Gicht in den Fingern. Ich tue mir schon schwer, mein Steak selbst zu schneiden, stotterte ich und sah Sherlock Holmes ärgerlich an. Ach, Ärzte, von denen halte ich nicht viel, rief der alte Mann und winkte abfällig in meine Richtung und nahm einen Schluck aus seinem Wasserglas. Dann sah er mich mit etwas Mitleid an. Auch mich plagt das Alter, aber es war schon einmal schlimmer. Manchmal findet man unerwartet einen Jungbrunnen. Er wandte sich an Sherlock Holmes. Sie haben eine ausgesprochen markante Nase. Der alte Mann schloss müde seine Augen, lächelte ruhig und murmelte. Ja, die würde mir gefallen. Sherlock Holmes machte einen großen schlöffenden Schluck aus seiner Teetasse. Auf mein warnendes Winken reagierte er nicht. Dann stellte er sehr geräuschvoll die Tasse wieder ab. Der alte Mann schreckte aus seiner Lähmung auf und seine Hände umgriffen das Buch. Sherlock Holmes schüttelte müde seinen Kopf, als wollte er seine Müdigkeit abschütteln und wischte mit einer Hand über sein Gesicht. Der alte Mann beobachtete das genau und lächelte zufrieden. Das hier ist mein wertvollster Besitz. Es ist eine Kostbarkeit, sagte der alte Mann und strich zärtlich über das Buch. Sherlock Holmes Kopf sackte auf seine Brust. Es schien, als würde er eindösen. Meine Hand hatte wieder den Webley Revolver umklammert, bereit, ihn jeden Augenblick zu ziehen. Als der alte Mann das Buch aufschlug, schlug auch Holmes seine Augen wieder auf und hob seinen Kopf wieder an. Ich sah wieder den Metzger, der mir beinahe ungeduldig wippend im Buch vorkam, zum Sprung bereit. Verzeihen Sie, mir ist etwas schwindelig, entschuldigte sich Sherlock Holmes und atmete schwer. Der alte Mann wirkte selbst etwas müde, als hätte ihn Sherlock Holmes angesteckt, nickte dann aber Sherlock Holmes zu und kurz darauf hatte er ein gefährliches Lächeln auf seinen Lippen. In einer Hand konnte ich ein kleines Messer erkennen. Es gibt nichts zu verzeihen. Nehmen Sie noch einen Schluck vom Tee, der wird Ihnen sicher helfen, sagte der alte Mann etwas leblos, dann wandte er sich an mich. Herr Dr. Watson, Sie haben noch gar nicht Ihren Tee probiert, trinken Sie doch, bevor er kalt wird. Ich rutschte etwas unruhig auf meinem Sessel und bevor ich was sagen konnte, hörte ich Sherlock Holmes sagen, »Dies dies sollte Dr. Watson besser nicht tun. Im Gegensatz zu meinem Tee habe ich diesen nicht vorhin weggeschüttet, als Sie so freundlich waren, Dr. Watson wieder auf die Beine zu helfen. Der alte Mann sah Sherlock Holmes verwirrt an, aber trotzdem fielen ihm beinahe die Augen zu. Er schüttelte seinen Kopf und fuhr mit dem Messer Richtung Sherlock Holmes, dieser aber reagierte jetzt wach und blitzschnell. Mit einer schnellen seitlichen Bewegung hatte er den alten Mann das Messer entrissen und beim Zurückziehen schnitt Sherlock Holmes ihn dabei in die Handfläche. Blut tropfte auf das Metzgerbild im Buch. Der Metzger schien sich zu freuen und dann passierte das Unfassbare. Der Metzger stieg aus dem Buch und sah Sherlock Holmes erwartungsvoll an. »Wie wohl sein Herz schmecken würde?« fragte Sherlock Holmes an den Metzger gewand. Der alte Mann erschrak und sprang von dem Tisch hoch. »Was haben Sie gemacht?« stotterte er und entfernte sich vom Tisch. Der Metzger aber sprang vom Buch hinunter und grinste den alten Mann teuflisch an. Dann ging alles sehr schnell. Der alte Mann nahm das brennende Holz aus dem Kamin und warf es nach dem Metzger. Sofort fing der Raum Feuer, als wäre alles mit einer brennenden Flüssigkeit eingelassen. Sherlock Holmes fiel nach hinten vom Stuhl. Ich war hochgesprungen und half Sherlock Holmes auf die Beine und wollte ihn hinaus führen. Aber Sherlock Holmes riss sich los und wollte zum Buch. Ich packte Sherlock Holmes von hinten und rief »Es ist zu spät! Wir müssen hier raus sofort!« Als wir aus dem Augenwinkel wie der kleine teuflische Metzger auf den alten Mann, der auch schon Feuer gefangen hatte, zusprang. Vor dem Haus beobachteten Sherlock Holmes und ich, wie das Feuer vom gesamten Haus Besitz nahm. Es ging sehr schnell. Das Haus schien sich über das Feuer zu freuen. Sherlock Holmes seufzte »Sie hätten mich das Buch holen lassen sollen! Dann wären sie jetzt auch Opfer der Flammen. Dieses Buch hatte einen unschätzbaren Wert, mehr als meine Person«, entgegnete Sherlock Holmes. »Ich bin mir nicht sicher, aber fühle mich wohl mit dem Wissen, dass es jetzt verbrannt ist. Viel spannender finde ich es, wie wir den Rückweg von hier je finden sollen. Wir werden aus diesen Wäldern nie wieder rausfinden. Das, mein lieber Dr. Watson ist kein Problem. Schauen Sie, da vorne leuchtet schon etwas. Was ist das? fragte ich. Im Grunde Radium. Es leuchtet in der Nacht. Ich arbeite seit geraumer Zeit mit den Chemikern Marie und Pierre Curie daran. Wir sind aber noch im Versuchsstadium. Ich habe mir aber am Herweg erlaubt, einiges an markanten Punkten zu verstreuen, so dass wir problemlos wieder zur Panoramastraße finden werden. Warum haben Sie mir nichts gesagt? empörte ich mich. Um mir den ganzen Spaß zu nehmen, dann hätten Sie ja kein Flair des Ungewissen und des Abenteuers gehabt, stellte Sherlock Holmes fest. Darauf hätte ich gut verzichten können. Was haben Sie dem alten Mann eigentlich ins Wasser gemischt? fragte ich neugierig. Nur das Beste, mein lieber Dr. Watson, nur das Beste. Wir machten uns auf den Rückweg. Da fiel mir noch eine Frage ein. Was sagen wir nur H.P. Lovecraft? Wie immer die Wahrheit, sagte Sherlock Holmes. Dann seufzte er und sah mich nachsichtig an. Natürlich bleibt ein kleiner Zweifel an den heutigen Ereignissen, da wir zweifellos unter einem Halluzinogen standen. Standen wir? fragte ich zweifelnd. Wir können davon ausgehen, dass der grüne Schimmer um das Haus wohl aus Halluzogen wirkenden Pflanzen, wie beispielsweise den Fliegenpilz oder Psilocybin haltige Pilze stammt. Das Faktum ist, wir können die Ereignisse nicht mit hundertprozentiger Gewissheit bezeugen. Danke, Holmes, das reicht mir völlig. Falls Sie aber meine persönliche Einschätzung wollen, was die Ereignisse von heute angehen. Nein, danke, ich bin völlig zufrieden mit halluzinogenen Pilzen. Ich saß im Salon in der Baker Street. Zu meinem Bedauern wieder einmal alleine mit H.P. Lovecraft. Sherlock Holmes hatte einen Besuch bei Anna Cusick vorgezogen, um ihr persönlich einen vollständigen Berichte Ereignisse aus Alltime zu geben. Pilze? Das ist Ihre Erklärung? fragte H.P. Lovecraft spöttisch. Ja, und davon werde ich auch nicht abrücken, sagte ich entschlossen. Ich kann Ihnen eine Handvoll Ungereimtheiten in Ihrem Bericht aufzählen, auch mit Ihren halluzinogenen Pilzen. Natürlich können Sie das, Sie sind ja auch ein Autor der fantastischen Literatur mit einer blühenden Fantasie. Ehrlich gesagt, ein Metzger Teufelchen, der aus einem Buch steigt und Menschen seinen Gliedmaßen und anderer Teile raubt, ist mir bisher nicht in den Sinn gekommen und dann landen die Teile auch noch an einem anderen Menschen, der sich so verjüngt. Aber ja, reden wir von meiner Fantasie. Pilze, sagte ich wieder. Na schön, lassen Sie mich Ihren Bericht hören. HP Lovecrafts Bericht Das Bild im Haus Wer das Grauen sucht, sucht fremde, ferne Orte auf. Für sie sind es die Katakomben des Ptolemaeus und die geschnitzten Mausoleen der Albtraumländer. Sie klettern auf die mondbeschienenen Türme verfallener Rheinburgen und stolpern über schwarze Spinnwebstufen unter den verstreuten Steinen vergessener Städte in Asien. Der verwunschene Wald und der verlassene Berg sind ihre Heiligtümer und sie verweilen bei den düsteren Monolithen auf unbewohnten Inseln. Aber der wahre Genießer des Schrecklichen, für den ein neuer Kick unsagbarer Grausamkeit der Hauptzweck und die Rechtfertigung des Daseins ist, schätzt am meisten die alten, einsamen Bauernhäuser im hinterwälderischen Neuengland. Denn dort vereinen sich die dunklen Elemente der Kraft, der Einsamkeit, der Groteske und der Unwissenheit zur Vollkommenheit des Abscheulichen. Der schrecklichste aller Anblicke sind die kleinen, unbemalten Holzhäuser abseits der Wege, die gewöhnlich an einem feuchten, grasbewachsenen Hang hocken oder an einen riesigen Felsvorsprung gelehnt sind. 200 Jahre und mehr haben sie dort gelehnt oder gehockt, während die Reben gekrochen sind und die Bäume sich ausgebreitet haben. Heute sind sie fast verborgen in der gesetzlosen Üppigkeit des Grüns und den schützenden Leichentüchern des Schattens. Aber die kleinen, verglasten Fenster starren immer noch schockierend, als ob sie durch eine tödliche Betäubung blinzeln, die den Wahnsinn abwehrt, indem sie die Erinnerung an unaussprechliche Dinge abstumpft. In solchen Häusern haben Generationen von fremden Menschen gelebt, die die Welt noch nie gesehen hat. Ergriffen von einem düsteren und fanatischen Glauben, der sie von ihrer Art verbannte, suchten ihre Vorfahren in der Wildnis nach Freiheit. Dort blühten die Nachkommen einer erobernden Rasse zwar frei von den Beschränkungen ihrer Mitmenschen auf, kauerten aber in einer entsetzlichen Sklaverei vor den düsteren Phantasmen ihres eigenen Verstandes. Getrennt von der Erleuchtung der Zivilisation schlug die Kraft dieser Puritaner seltsame Wege ein und in ihrer Isolation, ihrer morbiden Selbstunterdrückung und ihrem Kampf um das Leben mit der unerbittlichen Natur kamen ihnen dunkle, verstohlene Züge aus den prähistorischen Tiefen ihres kalten nordischen Erbes zu. Durch die Notwendigkeit der Praxis und die strenge Philosophie waren diese Menschen nicht schön in ihren Sünden. Sie irrten, wie alle Sterblichen irren müssen und waren durch ihren strengen Kodex gezwungen, vor allem das Verborgene zu suchen, sodass sie bei dem, was sie verbargen, immer mehr Geschmack zeigten. Nur die stillen, schläfrigen, starrenden Häuser in den Hinterwäldern könnten all das erzählen, was seit den frühen Tagen im Verborgenen lag. Und sie sind nicht mitteilsam, dass sie die Schläfrigkeit nicht abschütteln wollen, die ihnen hilft, zu vergessen. Manchmal hat man das Gefühl, dass es barmherzig wäre, diese Häuser abzureißen, denn sie müssen oft träumen. Zu einem solchen Gebäude wurde ich eines Nachmittags im November 1896 getrieben, als es so stark regnete, dass jeder Schutz der Gefahr vorzuziehen war. Ich war seit einiger Zeit unter den Bewohnern des Miskatonic Valley auf der Suche nach bestimmten genealogischen Daten unterwegs gewesen und hatte es aufgrund der entlegenen, verschlungenen und problematischen Natur meines Weges für angebracht gehalten, trotz der späten Jahreszeit ein Fahrrad zu benutzen. Nun befand ich mich auf einer scheinbar verlassenen Straße, die ich als kürzeste Abkürzung nach Arkham gewählt hatte, von Sturm eingeholt an einem Punkt, der weit von jeder Stadt entfernt war und ohne Zuflucht außer dem altertümlichen und abweisenden Holzgebäude, das mit seinen trüben Fenstern zwischen zwei riesigen, blattlosen Ulmen am Fuße eines felsigen Hügels hervorblitzte. Obwohl das Haus von dem Rest einer Straße weit entfernt war, machte es auf mich einen schlechten Eindruck, sobald ich es erblickte. Ehrliche, gesunde Bauwerke starren den Reisenden nicht zu verschlagen und eindringlich an, und bei meinen genealogischen Nachforschungen war ich auf Legenden aus einem früheren Jahrhundert gestoßen, die mich von solchen Orten abhielten. Doch die Kraft der Elemente überwältigte meine Skrupel und ich zögerte nicht, meine Maschine, die verkraute Anhöhe hinauf, zu der verschlossenen Tür zu lenken, die mir so suggestiv und geheimnisvoll zugleich erschien. Ich war irgendwie davon ausgegangen, dass das Haus verlassen war, doch als ich mich ihm näherte, war ich mir da nicht so sicher. Denn obwohl die Gänge tatsächlich mit Unkraut überwuchert waren, schienen sie ihre Natur ein wenig zu gut zu bewahren, als dass sie für eine völlige Verlassenschaft sprechen würden. Daher klopfte ich, anstatt es an der Tür zu versuchen, und verspürte dabei eine Beklemmung, die ich kaum erklären konnte. Während ich auf dem rauen Moos bewachsenen Felsen wartete, der mir als Türschwelle diente, warf ich einen Blick auf die benachtbarten Fenster und die Scheiben des Fensters über mir und stellte fest, dass sie zwar alt, klappernd und fast undurchsichtig vor Schmutz waren, aber nicht zerbrochen. Das Gebäude muss also trotz seiner Abgeschiedenheit und allgemeinen Vernachlässigung noch bewohnt sein. Auf mein Klopfen erhielt ich jedoch keine Antwort, und nachdem ich die Aufforderung wiederholt hatte, versuchte ich es mit dem rostigen Riegel und stellte fest, dass die Tür nicht verschlossen war. Im Inneren befand sich ein kleiner Vorraum mit Wänden, von denen der Putz abfiel, und durch die Türöffnung drang ein schwacher, aber besonders hässlicher Geruch. Ich trat ein, trug mein Fahrrad und schloss die Tür hinter mir. Vor mir lag eine schmale Treppe, flankiert von einer kleinen Tür, die wahrscheinlich in den Keller führte, während links und rechts geschlossene Türen zu den Räumen im Erdgeschoss führten. Ich lehnte mein Fahrrad an die Wand und öffnete die Tür auf der linken Seite, um in eine kleine Kammer mit niedriger Decke zu gelangen, die durch die beiden staubigen Fenster nur schwach beleuchtet und auf die einfachste und primitivste Weise eingerichtet war. Es schien eine Art Wohnzimmer zu sein, denn es hatte einen Tisch und mehrere Stühle und einen riesigen Kamin, über dem eine antike Uhr auf einem Kaminsims tickte. Bücher und Zeitungen gab es nur wenige und in der vorherrschenden Düsternis konnte ich die Titel nicht ohne weiteres ausmachen. Was mich interessierte, war der einheitliche Hauch von Achraismus, der sich in jedem sichtbaren Detail zeigte. Die meisten Häuser in dieser Gegend hatte ich als Reich an Relikten der Vergangenheit empfunden, aber hier war das Altertum merkwürdigerweise vollständig. Denn in dem ganzen Raum konnte ich keinen einzigen Gegenstand entdecken, der eindeutig aus der Zeit nach der Revolution stammte. Wäre die Einrichtung weniger bescheiden gewesen, wäre der Ort ein Paradies für Sammler gewesen. Als ich diese malerische Wohnung betrachtete, spürte ich, wie sich die Abneigung, die das düstere Äußere des Hauses in mir ausgelöst hatte, noch verstärkte. Was genau es war, das ich fürchtete oder verabscheute, konnte ich keineswegs definieren. Aber etwas in der ganzen Atmosphäre schien nach unheiligem Alter, nach unangenehmer Rohheit und nach Geheimnissen zu riechen, die vergessen werden sollten. Ich hatte keine Lust, mich zu setzen, und wanderte umher, um die verschiedenen Gegenstände zu untersuchen, die mir aufgefallen waren. Das erste Objekt meiner Neugierde war ein mittelgroßes Buch, das auf dem Tisch lag und ein so antediluvianisches Aussehen hatte, dass ich mich wunderte, es außerhalb eines Museums oder einer Bibliothek zu sehen. Es war in Leder gebunden und mit Metallbeschlägen versehen und befand sich in einem ausgezeichneten Zustand. Es war eine ganz ungewöhnliche Art von Buch, das man in einer so bescheidenen Behausung antrifft. Als ich die Titelseite aufschlug, wurde mein Erstaunen noch größer, denn es handelte sich um nichts Geringeres als Pigafettes Bericht über die Kongoregion, der in lateinischer Sprache nach den Aufzeichnungen des Seefahrers Lopes geschrieben und 1598 in Frankfurt gedruckt worden war. Ich hatte schon oft von diesem Werk mit seinen kuriosen Illustrationen der Gebrüder de Brie gehört und vergaß daher für einen Moment Unbehagen in meinem Wunsch, die Seiten vor mir umzublättern. Die Stiche waren in der Tat interessant, völlig der Fantasie und nachlässigen Beschreibungen entsprungen und stellten Neger mit weißer Haut und kaukasischen Gesichtszügen dar. Noch hätte ich das Buch bald geschlossen, wenn nicht ein äußerst trivialer Umstand meine müden Nerven durcheinander gebracht und mein Gefühl der Unruhe wiederbelebt hätte. Was mich ärgerte, war lediglich die hartnäckige Art und Weise, in der der Band dazu neigte, bei Tafel 12, die in grausigen Details eine Metzgerei der kannibalischen Antike darstellte, von selbst umzufallen. Ich schämte mich ein wenig für meine Empfänglichkeit, für so etwas Geringfügiges, aber die Zeichnung störte mich dennoch, vor allem im Zusammenhang mit einigen angrenzenden Passagen, die die antike Gastronomie beschrieben. Ich hatte mich einem benachbarten Regal zugewandt und untersuchte dessen mageren literarischen Inhalt. Eine Bibel aus dem 18. Jahrhundert, ein Pilgerbuch aus der gleichen Zeit, illustriert mit grotesken Holzschnitten und gedruckt von einem Almanachmacher Isai Thomas, der verrottete Hauptteil von Cotton Mathers Magnalia Christi Americana und einige andere Bücher von offensichtlich gleichem Alter, als meine Aufmerksamkeit durch das unmissverständliche Geräusch von Schritten im Zimmer über mir geweckt wurde. Ich war zunächst erstaunt und erschrocken, da ich auf mein kürzliches Klopfen an der Tür keine Antwort erhalten hatte, schloss aber gleich darauf, dass der Wanderer soeben aus einem tiefen Schlaf erwacht war und und lauschte mit weniger Überraschung als die Schritte auf der knarrenden Treppe erklangen. Die Schritte waren schwer und schienen doch eine merkwürdige Vorsicht in sich zu tragen, eine Eigenschaft, die mir umso mehr missfiel, als die Schritte schwer waren. Als ich das Zimmer betreten hatte, hatte ich die Tür hinter mir geschlossen. Jetzt, nach einem Moment vielleicht mein Fahrrad im Flur inspizierte, hörte ich ein Fummeln am Riegel und sah, wie sich das getäfelte Portal wieder öffnete. In der Tür stand eine Person von so eigenartiger Erscheinung, dass ich laut hätte aufschreien müssen, wenn mich nicht die Regeln der guten Erziehung zurückgehalten hätten. Alt, weißbärtig und zerlumpt, besaß mein Gastgeber ein Antlitz und einen Körperbau, der gleichermassen Verwunderung und Respekt hervorriefen. Er konnte nicht kleiner als ein Meter Achtzig sein und trotz des allgemeinen Eindrucks von Alter und Armut war er stämmig und kräftig gebaut. Sein Gesicht, das fast von einem langen Bart verdeckt wurde, der hoch auf die Wangen wuchs, wirkte ungewöhnlich rötlich und weniger faltig, als man erwarten würde, während über die hohe Stirn ein Schopf weißen Haares fiel, das von den Jahren kaum gelichtet worden war. Seine blauen Augen, obwohl ein wenig Blut unterlaufen, schienen unerklärlich scharf und brennend. Wäre er nicht so schrecklich ungepflegt gewesen, hätte der Mann ebenso distinguiert wie beeindruckend gewirkt. Diese Ungepflegtheit machte ihn jedoch trotz seines Gesichts und seiner Figur anstößig. Woraus seine Kleidung bestand, konnte ich kaum sagen, denn sie schien mir nicht mehr zu sein als ein Haufen Fetzen über ein paar hohe schwerer Stiefel und sein Mangel an Sauberkeit übertraf jede Beschreibung. Die Erscheinung dieses Mannes und die instinktive Furcht, die er auslöste, bereiteten mich auf so etwas wie Feindseligkeit vor, sodass ich vor Überraschung und einem Gefühl unheimlicher Widersprüchlichkeit fast erschauderte, als er mir einen Stuhl zuwies und mich mit einer dünnen, schwachen Stimme voller kriecherischem Respekt und einschmeichelnder Gastfreundschaft ansprach. Seine Sprache war sehr merkwürdig, eine extreme Form des Yankee-Dialekts, den ich schon lange für ausgestorben gehalten hatte und ich studierte sie genau, als er sich mir gegenüber zum Gespräch niederließ. In den Regen gekommen, nicht wahr? grüßte er. Ich bin froh, dass ihr in der Nähe des Hauses wart und euch der Sinn kam, einfach herein zu kommen. Ich schlief sonst, hätte ich euch gehört. Ich bin nicht mehr so jung, wie ich einmal war und brauche heutzutage eine Menge Schlaf. Kommen sie von weit her. Auf dieser Straße habe ich kaum Leute gesehen, seit man die Postkutsche nach Arkham eingestellt hat. Ich erwiderte, dass ich nach Arkham ging und entschuldigte mich für mein unhöfliches Eindringen in sein Domizil, worauf er fortfuhr. Schön euch zu sehen, junger Herr. Hier gibt es nicht viele neue Gesichter. Ich habe in letzter Zeit nicht viel, um mich aufzuheitern. Ich nehme an, ihr kommt aus Boston, nicht wahr? Ich war nie dort, aber ich erkenne einen Städtler, wenn ich ihn sehe. Wir hatten 1884 einen Schulmeister, aber er hat plötzlich aufgehört, und seither hat niemand mehr etwas von ihm gehört. Hier verfiel der alte Mann in eine Art Kichern, aber gab keine Erklärung ab, als ich ihn befragte. Er schien sich bester Laune zu erfreuen. Eine Zeit lang redete er mit einer fast fiebrigen Fröhlichkeit, bis ich ihn fragte, wie er zu einem so seltenen Buch wie Pigafetas Regnum Kongo gekommen sei. Die Wirkung dieses Buches hatte mich nicht losgelassen, und ich zögerte ein wenig darüber zu sprechen. Aber die Neugier überwältigte all diese vagen Befürchtungen, die sich seit meinem ersten Blick auf das Buch stetig angesammelt hatten, seit ich das Haus betrat. Zu meiner Erleichterung schien die Frage ihm nicht unangenehm zu sein, denn der alte Mann antwortete freimütig und ausgiebig. Oh, das Afrika-Buch! Kapitän Ebenezer Holt hat es mir 1868 gegeben. Er wurde im Krieg getötet. Irgendetwas an den Namen Ebenezer Holt ließ mich aufhorchen. Er war mir bei meiner genealogischen Arbeit begegnet, aber seit der Revolution war er in keiner Aufzeichnung mehr zu finden. Ich fragte mich, ob mein Gastgeber bei mir bei der Aufgabe, an der ich gerade arbeitete, helfen konnte und beschloss ihn später danach zu fragen. Er fuhr fort. Ebenezer war jahrelang auf einem Handelsschiff und hat in jedem Hafen seltsame Dinge aufgeschnappt. Das hier hat er wohl in London bekommen. Er kauft gerne in den Läden ein. Ich war gerade oben in seinem Haus auf dem Hügel und handelte mit Pferden, als ich dieses Buch sah. Die Bilder gefielen mir, also gab es mir zum Tausch. Es ist ein seltsames Buch. Hier, lass mich meine Brille aufsetzen. Der alte Mann kramte in seinen Lumpen und brachte eine schmutzige und erstaunlich antike Brille mit kleinen achteckigen Gläsern und Stahlbügeln zum Vorschein. Als er sie aufsetzte, griff er nach dem Buch auf den Tisch und blätterte es liebevoll um. Ebenezer konnte ein wenig davon lesen. Es ist Latein, aber ich kann es nicht. Ich habe mir von zwei oder drei Schulmeistern etwas vorlesen lassen und Passion Clark von dem es heißt er sei im Teich ertrunken. Könnt ihr etwas daraus lesen? Ich sagte ihm, dass ich es könnte und übersetzte zu seinem Nutzen einen Absatz am Anfang. Sollte ich mich geirrt haben, so war er nicht gelehrig genug, mich zu korrigieren, denn er schien sich über meine englische Version kindlich zu freuen. Seine Nähe wurde immer unangenehmer, doch ich sah keine Möglichkeit, ihm zu entkommen, ohne ihn zu kränken. Ich amüsierte mich über die kindliche Vorliebe dieses unwissenden alten Mannes für die Bilder in einem Buch, das er nicht lesen konnte, und fragte mich, wie viel besser er die wenigen englischen Bücher lesen konnte, die den Raum schmückten. Diese Offenbarung der Einfachheit beseitigte einen Großteil der unklaren Befürchtungen, die ich empfunden hatte, und ich lächelte, als mein Gastgeber weiterredete. Seltsam, wie Bilder einen zum Nachdenken bringen können. Nehmt dieses Exemplar hier an der Front. Habt ihr jemals solche Bäume gesehen, mit großen Blättern, die über und über fallen? Und diese Männer? Das können keine Neger sein, sie sehen eher wie Indianer aus, selbst wenn sie in Afrika leben. Manche von ihnen sehen aus wie Affen oder halb Affen und halb Menschen, aber so etwas habe ich Kopf eines Alligators beschreiben könnte. Aber jetzt zeige ich ihnen das Beste hier drüben in der Mitte. Die Sprache des alten Mannes wurde ein wenig undeutlicher und seine Augen leuchteten heller, aber seine fummelnden Hände, obwohl sie ungeschickter zu sein schienen als zuvor, waren ihrer Aufgabe vollkommen entsprechend. Das Buch öffnete sich fast von selbst, als ob es schon oft an diesem Ort konsultiert worden wäre und zeigte auf der zwölften Tafel die abstoßende Darstellung eines Metzgers bei den Antik-Kannibalen. Mein Gefühl der Unruhe kehrte zurück, auch wenn ich es nicht zum Ausdruck brachte. Das besonders Bizarre war, dass der Künstler seine Afrikaner wie Weiße aussehen ließ, die Gliedmaßen und Körperteile, die an den Wänden des Ladens hingen, waren grässlich, während der Metzger mit seiner Axt schrecklich unpassend wirkte. Aber mein Gastgeber schien den Anblick ebenso zu genießen, wie er mir missfiel. Was haltet ihr davon? So etwas hat man hier noch nie gesehen, was? Als ich das sah, sagte ich zu Ebene Das ist etwas, das dich aufrüttelt und dein Blut in Wallung bringt. Wenn ich Skripte über das Töten lese, wie die Midianite erschlagen wurden, dann denke ich schon etwas, aber ich habe kein Bild davon. Hier kann ein Körper alles sehen, was er kann. Ich nehme an, es ist sündig, aber werden wir nicht alle in Sünde geboren und leben in Sünde? Der Kerl, der zerhackt wird, gibt mir jedes Mal ein Kribbeln, wenn ich ihn ansehe. Ich muss ihn immer wieder ansehen. Seht, wo der Metzger seine Füße abgeschnitten hat. Da liegt sein Kopf auf der Bank, mit einem Arm an der Seite. Der andere Arm liegt auf der anderen Seite des Fleischbocks. Als der weitermurmelte, wurde der Ausdruck auf seinem haarigen, bebrillten Gesicht unbeschreiblich. Aber seine Stimme sank eher, als dass sie anstieg. Meine eigenen Empfindungen sind kaum zu beschreiben. Der ganze Schrecken, den ich zuvor nur schemenhaft gefühlt hatte, überkam mich aktiv und lebhaft, und ich wusste, dass sich die alte und abscheuliche Kreatur, die mir so nahe war, mit einer unendlichen Intensität verabscheute. Sein Wahnsinn oder zumindest seine teilweise Perversion schien unbestreitbar. Er flüsterte jetzt fast mit einer Heiserkeit, die schrecklicher war als ein Schrei, und ich zitterte, als ich zuhörte. Wie ich schon sagte, es ist seltsam, wie Bilder einen zum Nachdenken bringen. Wisst ihr, junger Herr, ich bin ganz versessen auf dieses Ding hier. Als ich das Buch von Ebenezer Holsch bekam, sah ich es mir oft an, vor allem, als ich Passen Clark in seiner großen Perücke über Sonntage schimpfen hörte. Wenn ich etwas Lustiges versucht habe, hier, junger Herr, seien Sie nicht skeptisch, habe ich mir nur das Bild angeschaut, bevor ich die Schafe für den Markt getötet habe. Schafe zu töten macht mehr Spaß, als sie anzuschauen. Der Ton des alten Mannes sank nun sehr tief und wurde manchmal so schwach, dass seine Worte kaum noch zu hören waren. Ich lauschte dem Regen und dem Klappern der trüben kleinen Fensterscheiben und vernahm ein für die Jahreszeit ungemühnliches Krollen des herannahenden Donners. Einmal erschütterten ein gewaltiger Blitz und ein gewaltiges Geräusch das zerbrechliche Haus in seinen Grundfesten, aber der Flüsterer schien es nicht zu bemerken. Schafe Schafe zu töten hat mehr Spaß gemacht, aber es war nicht ganz befriedigend. Seltsam wie die Sehnsucht einen packt. So wie du den Allmächtigen liebst, junger Mann, sage es niemandem, aber ich schwöre bei Gott, dass dieses Bild mich hungrig macht nach Lebensmitteln, die ich weder aufziehen noch kaufen kann. Hier, halt still, was hast du denn? Ich tat nichts, nur fragte ich mich, wie es wohl wäre, wenn ich es täte. Man sagt, Fleisch erzeugt Blut und Fleisch gibt neues Leben. So fragte ich mich, ob ein Mann nicht länger und länger leben würde, wenn es mehr davon gäbe. Der Mann fuhr nicht fort. Die Unterbrechung wurde weder durch meinen Schreck noch durch den rasch zunehmenden Sturm verursacht, in dessen Wut ich bald meine Augen über einer rauchigen Einöde mit geschwärzten Ruinen öffnen sollte. Sie wurde durch ein sehr einfaches, wenn auch etwas ungewöhnliches Ereignis ausgelöst. Das aufgeschlagene Buch lag flach zwischen uns und das Bild starrte abstoßend nach oben. Als der alte Mann die Worte mehr davon flüsterte, hörte man ein winziges Plätschern und auf dem vergilbten Papier des aufgeschlagenen Buches zeichnete sich etwas ab. Ich dachte an den Regen und an ein undichtes Dach, aber der Regen ist nicht rot. Auf der Metzgerei des Antik Kannibalen glitzerte ein kleiner roter Spritzer malerisch und verlieh dem Schrecken der Gravur Lebendigkeit. Der alte Mann sah es und hörte auf zu flüstern, noch bevor mein Ausdruck des Entsetzens es nötig machte. Er sah es und warf einen schnellen Blick auf den Boden des Zimmers, das er eine Stunde zuvor verlassen hatte. Ich folgte seinem Blick und er blickte direkt über uns auf dem losen Putz der alten Decke einen großen unregelmäßigen Fleck aus feuchtem Kaminrot, der sich auszubreiten schien, während ich ihn betrachtete. Ich schrie nicht und bewegte mich nicht, sondern schloss nur die Augen. Einen Augenblick später kam der titanische Blitz der Blitze, der dieses verfluchte Haus mit seinen unsagbaren Geheimnissen in die Luft sprengte und das vergessen brachte, das allein meinen Geist rettete. Die Untertitelung des ZDF, 2020